Hallo, mein Name ist Klaas-Peter Müller, ich bin Steuerberater in Hamburg. Mit allen Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de melde mich heute mal zum Thema Kassenbuchhaltung, Kassenbuchführung und mit der Idee, die dahinter steckt. Weil immer wieder Fragen, Gründer, wie eine Kasse zu führen ist, ob eine Kasse zu führen ist und so weiter. Darauf möchte ich mal kurz in der Systematik hier mal drauf eingehen. Also, grundsätzlich gibt es mehrere Aspekte, eine Kasse zu führen. Also nicht einfach nur die Idee, ich zeichne meine Barerlöse oder meine Barzahlungen auf, sondern ich führe richtig Kasse. Das heißt, ich führe Bestände. Und da gibt es mehrere Ansätze. Einmal, dass ich eine Kasse, also Bestandsaufnahmen der Bargelder, die vorhanden sind im betrieblichen Vermögen, dass ich die aufzeichnen muss, wenn ich buchführungspflichtig bin. Das heißt, wenn ich Bücher zu führen habe, in der Idee dahinter, dass ich bilanziere und Bestände aufschreiben muss. Das ist ja der Gedanke hinter der Buchführungspflicht. Das hat nichts mit dem Begriff Buchhaltung zu tun, sondern Buchführungspflicht heißt, ich muss Bücher führen über meine Bestände, Forderungen, Warnbestände, Verbindlichkeiten, also Schulden, Vermögensgegenstände und so weiter. Das ist der eine Punkt, dass ich aufgrund der Buchführungspflicht angehalten bin, auch eine Kasse zu führen. Das heißt hier, tagesgenau, Bestände über mein Barvermögen aufzuzeichnen. Zum anderen gibt es die Idee dahinter, ich komme dann nachher in der Systematik mal näher auf diese Einzelheiten hinzu, gibt es die Idee, dass ich grundsätzlich für mich freiwillig eine Kasse führen muss. Das heißt, wenn ich Einnahmeüberschussrechner bin, das heißt nur mein Gewinn ermittler nicht nach Bilanz, sondern nach Einnahmeüberschussrechnung, brauche ich ja keine Bestände aufzeichnen. Das heißt, ich brauche auch keine Kasse führen. Ich brauche nicht Tagesendbestände aufzeichnen über mein Barvermögen, sondern ich möchte es trotzdem freiwillig tun. Das ist der zweite Aspekt, aus welchem Grund auch immer, dass ich mehr Übersicht erhalte in meinem Unternehmen, dass ich mehr Übersicht habe, was passiert bar. Wenn ich viele Mitarbeiter beschäftige, die mit Bargeldern zu tun haben, die die Kasse führen, dass ich hier mehr Kontrolle habe. Also der Aspekt spielt da auch noch mit rein. Und jetzt muss man schauen, wenn ich eine Kasse führe, dann muss ich auch alle Formalien erfüllen für das Führen einer Kasse. Das heißt, nur weil ich freiwillig eine Kasse führe, heißt das noch lange nicht, dass ich dann labidare damit umgehen kann, weil ich es ja eigentlich nicht müsste. Ich mache es freiwillig, also sind Fehler darin auch egal, weil ich es ja freiwillig mache. Das Argument zieht so nicht. Das heißt, wenn ich eine Kasse führe, dann muss ich alle Formalien erfüllen. So, und das ist der Gedanke, den man sich am Anfang stellen sollte, gerade bei Gründern, die eben mit Einnahmenüberschussrechnung anfangen. Brauche ich das überhaupt? Will ich mich der Verpflichtung unterwerfen, richtig ernsthaft eine ordnungsgemäße Kasse zu führen, weil die sehr fehleranfällig ist? Weil eine Kasse alle Barvorgänge, die tagesweise passieren, ich einzeln aufzuzeichnen habe. Das ist die Aussage einer Kasse. Das heißt, ich führe die Bestände, die Endbestände des Vortages, führe ich fort und rechne dann immer weiter. Meine Tageseinnahmen, meine Bareinnahmen muss ich aufzeichnen. Alle Ausgaben, die ich einzeln tätig im Unternehmen, müssen einzeln dargestellt werden bei den Einnahmen. Eventuell die Möglichkeit, dass ich hier Sachen zusammenfasse und über eine Anlage dann darstelle, wie komme ich auf die Zusammenfassung. Wenn ich Z-Bons zum Beispiel habe und die tagesweise aufzeichne und habe am Tag 2.367,15 Euro, Bareinnahme, muss ich natürlich im Hintergrund darstellen können, wie komme ich auf diese Summe. Das muss ich machen. Aber tagesgenau muss ich meine Salden ermitteln. Das heißt, meine Tageseinnahmen und meine Ausgaben eintragen, dass ich am Tagesende genau den Saldo habe. Meine Endnahmen, die ich privat tätige, muss ich aufzeichnen. Meine Einlagen, die ich aus dem Privatvermögen in die Kasse einzahle, wenn ich mein privates Portmallee leer mache und mein Kleingeldereinschmeißer in die Kasse, muss ich alles aufzeichnen. Wenn ich die Einzahlung in die Bank darstellen möchte, muss ich es aus der Kasse herausnehmen und in die Bank dann einzahlen, dass dieser Geldfluss dargestellt wird. Das ist die Vorgabe für eine Kasse. Wenn ich das nicht muss, weil ich nicht bilanziere, bleibe ich ja trotzdem hängen auf der Darstellung, wie zeichne ich meine Barvorgänge auf. Wir hatten schon mal ein Video gemacht zur ordnungsgemäßen Buchhaltung, dass es eben da nicht nur darum geht, in der Buchhaltung alle Belege irgendwie zu erfassen, sondern die wirtschaftlichen Vorgänge zu erfassen. Und dazu zählt eben auch die Darstellung, dass ich, wenn ich Baereinnahmen habe, Baerlöse habe, dass ich die auch darstelle, habe ich die bar bekommen oder habe ich die per Überweisung bekommen. Der Trend geht immer mehr hin zur unbaren Zahlung. Das macht die Kassenbuchführung ein bisschen einfacher, aber nichtsdestotrotz geschehen ja doch immer noch mal Barzahlungen, die eben auch so dargestellt werden müssen. Das heißt, wenn ich mich jetzt entschließe, ich brauche keine Kasse führen und tue dies auch nicht, muss ich trotzdem alle Vorgänge darstellen, dass sie bar geflossen sind oder eben unbar geflossen sind. Das heißt, ich habe zumindest eine Aufzeichnung zu führen über die Vorgänge, die eben mit Bargeld erfolgt sind. Auch hier wieder der Vorsatz oder der Vorgang oder die Vorgabe, alle Erlöse einzeln, dass ich alle Erlöse aufzeichne und sage, den Erlös habe ich bar bekommen, den Erlös habe ich bar bekommen, wenn das nicht so weit zumutbar ist, weil ich mit einer Vielzahl von unbekannten Kunden zu tun habe. Das heißt, ich habe irgendwo einen Laden und da geht Kleinkram hin und her, ich habe einen Bockwurststand und verkaufe täglich für 2,90 Euro da meine Bockwürste, dann kann ich nicht für alle einzelnen Vorgänge natürlich Rechnung schreiben oder Quittung ausstellen. Das heißt, hier habe ich entweder eine Strichliste zu führen, eine glaubwürdige Strichliste, die dazu führt, die letztendlich überprüfbar ist in dem tagesendlichen Durchzählen des Geldes. Das heißt, hier habe ich ein Protokoll zu führen, aus welchem dann dargestellbar ist, wie komme ich auf den Erlös. Das heißt, ich kippe die Schatulle aus, ganz praktisch, zähle durch, ziehe alle Vorgänge ab, die bar passiert sind an dem Tag. Im Idealfall habe ich nur einen Anfangsbestand, ziehe beispielsweise 100 Euro ab und die Differenz von dem abends gezählten Geld muss ja der Erlös sein, wenn ich nicht tagsüber etwas rausgenommen habe oder etwas reingelegt habe. Im Idealfall tue ich das nicht, sondern zähle abends mein Geld, habe 2.000 Euro gezählt, ziehe 100 Euro ab, habe also 1.900 Euro Erlöse an dem Tag. Und diese 1.900 Euro nehme ich heraus und belasse 100 Euro wie der Wechselgeld für den nächsten Tag. Diese Darstellung muss ich tätigen, wenn ich nicht Einzelaufzeichnung für meine Wareinnahmen habe, muss ich tätigen, Datum, Unterschrift drunter, dass ich genau sagen kann, wer hat gezählt, wann wurde gezählt und schaffe sozusagen eine Urkunde, die dann auch zählt. Das sind Formalien, die ich dann zu erfüllen habe und das reicht eben auch für die Aufzeichnung meiner Erlöse, wenn ich nicht Kasse führen muss, weil ich keine Endbestände aufschreiben muss. Ich muss nur darstellen, wie komme ich auf die Tagesweisen Erlöse. Das ist inhaltlich ja so ein kleiner Unterschied, weil die Ausgaben, die ich eventuell tätige, aus meinem privaten Portemonnaie heraus, brauche ich dort ja nicht aufzeichnen, weil diese nichts mit meinem gezählten Geld zu tun haben. Wenn ich natürlich einen Lieferanten habe, den ich aus diesem Erlösgeld, aus diesem Schatullengeld, sage ich mal so, bezahle und bezahle den 400 Euro, muss ich das, wenn ich das täglich gemacht habe, natürlich täglich diese Barbezahlung wieder draufrechnen, weil die fehlen ja abends beim Zählen. Das heißt, diese Logik in dem Zählprotokoll, die muss erfüllt sein. Im Idealfall passieren keine Änderungen, keine Einlagen, keine Entnahmen, sondern nur den entgezählten Betrag, den nehme ich ins Privatvermögen raus und lasse das Wechselgeld drin. Das ist die einfachste Form der Darstellung. Aber keine Endbestände aufschreiben müssen, keine alle wirtschaftlichen Barvorgänge aufschreiben müssen, sondern einfach nur darstellen, ich habe eine Rechnung, schreibe ich drauf, bar bezahlt, am so und so viel. Das reicht. Ich brauche keinen Endbestand der Kasse nochmal. Das ist der Unterschied zur Kassenbuchführung. Bei Kassenbuchführung, wie bereits am Anfang gesagt, ich muss den Tagesendbestand ermitteln und diese Kasse muss alles Barvermögen beinhalten des Unternehmens. Wenn ich mehrere Kassen habe, habe ich das halt mehrmals zu tun, weil ich mehrere einzeln überprüfbare Stellen habe, wo ich theoretisch das Bargeld nachzählen und überprüfen können muss. Das nochmal so zur Darstellung. Kassenbuchhaltung. Also, wer diese Formalien nicht erfüllen muss, weil er nicht bilanziert, allein des Handelsrechts wegen, weil eine Kapitalgesellschaft ist oder weil ich einfach handelsrechtlich bilanzieren muss und auch nicht nach steuerlichen Vorschriften bilanzieren muss, weil ich bestimmte Größenordnungen überschritten habe, der wäre mein Ratschlag, sollte auch keine Kasse führen, sollte aber darauf achten, dass alle Barvorgänge auch so formell richtig aufgezeichnet sind. Weil diese Art Geldflussrechnung führt das Finanzamt durch. Die möchten nicht einfach wissen, welche Kosten sind angefallen und welche Erlöse sind angefallen, sondern die möchten auch überprüfen können, sind diese bar bezahlt oder unbar bezahlt. Das ist Teil und wichtiger Teil einer ordnungsgemäßigen Buchhaltung. Ob dann Bestände, ob ich die Bank, die Geschäftsbank nur buche, indem ich die betrieblichen Vorgänge rausziehe und nur diese erfasse und wenn da private Vorgänge auf der Geschäftsbank passiert sind, ich die weglasse, ist theoretisch immer noch richtig, weil ich keinen ordnungsgemäßen Bankendbestand nachweisen muss als Einnahmenüberschussrechner. Wenn ich bilanziere, muss ich den exakten Bankendbestand darstellen, muss also die Bank vollständig buchen, dass ich dies auch so darstellen kann, nachprüfbar fürs Finanzamt. Bei der Bank ist das eigentlich grundsätzlich immer so, dass die Geschäftsbank komplett gebucht wird, ob man es jetzt machen müsste als Einnahmenüberschussrechner oder nicht. Sei mal dahingestellt. Aber um die Kontrolle zu haben, dass alle Vorgänge, die betrieblich erfasst sind, und das sind wohl die meisten, die jetzt über die Bank laufen, dass die auch wirklich sicher überprüfbar erfasst sind. Aber bei Bargeschäften ist es doch so, dass ich mir überlegen kann, zeichne ich alles auf, also zeichne ich alles auf und führe eine Kasse oder zeige ich einfach nur auf, welche Vorgänge bar bezahlt sind, ohne Endbestände zu haben. Das nochmal zum Thema, ob ich eine Kassenbuchführung machen muss oder nicht, so im Überblick, weil die Frage stellt sich oft und wird eigentlich immer wieder aufs Gleiche so beantwortet. Aber mit einer ordnungsmäßigen Kasse, mit einer durchgängig geführten Kasse mit Endbeständen, besteht natürlich die Kontrolle über die Barbestände verstärkt. Gerade wenn viel Bargeld passiert, möchte man natürlich auch den Überblick behalten, dass nichts verloren geht, dass eventuell Kosten vergessen wurden, weil die Ausgaben dann eventuell nicht erfasst wurden, weil die Belege dann verloren gegangen sind. Aber wenn ich abends die Kasse durchzählen muss, merke ich schon, wenn Geld fehlt, dass entweder Kosten fehlen oder jemand anders hat sich an der Kasse bedient. Das heißt, die Kontrolle ist natürlich sehr stark stärker. Nicht schön ausgedrückt, aber man versteht, was ich meine. Das zum Thema Überblick über das System. Wann führe ich eine Kasse, wann nicht? Bilanziere sowieso. Einnahmenüberschussrechner freiwillig, sollte man sich überlegen, aber zur Übersicht und zum besseren Überblick sollte man dann eine ordnungsgemäßige Kasse führen. Verstärkte Vorschriften, die ich freiwillig einhalte, führen auch dazu, dass ich sie einhalten muss. Das nochmal so als Vorgabe. Das zu diesem Thema. Wen das Thema interessiert, einfach Termin vereinbaren, wir besprechen das ganz gern. Und ansonsten sehen wir uns auch auf den anderen Kanälen, wie diesem YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Wem da der Kanal gefällt, Abo dalassen. Ansonsten, wen das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wen das Video zu interessieren hat, teilen. Ja, und ansonsten zu weiteren Themen auf diesem Kanal. Bis dahin. Tschüss.